Dominika, kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingernägen beschäftigt, ich will heute auch schön aussehen. Das ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich verspreche es. Los, komm, lass uns hier abhangen. Am Tisch sitzen haben möchtest und so das typisch deutsche Frühstück, wie sieht das dann in deiner Reportage aus? Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen. Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella-Tost vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück? Wie funktioniert das? Untertitelung. BR 2018